Ja, was ist Martinus' Geisteswissenschaft? Ja, also in der Naturwissenschaft gibt es Gesetzmäßigkeiten. Da hat man gezeigt, dass alle sämtliche Reaktionen in der physischen Materie wird von Gesetzmäßigkeiten gesteuert und gelingt. Es gibt Gesetze in der Physik, in der Chemie ist es so, dass alle chemischen Substanzen reagiert nach Gesetzmäßigkeiten. Und der dänische Schriftsteller Martinus, der lebte von 1890 zu 1981, hat gezeigt, dass es gibt auch Gesetzmäßigkeiten für unsere Mentalität und unser Bewusstsein. Und wenn die irdischen Menschen lernen, diese Gesetzmäßigkeiten zu verstehen, dann wird es möglich, ein Friedensparadies hier auf der Erde zu erschaffen. Dann können wir alle in Frieden, Harmonie und Gesundheit leben. Deshalb ist es sehr wichtig, mit einer geistigen Wissenschaft. Martinus' Geisteswissenschaft wird also auch die Martinus-Kosmologie genannt. Weil, was ist das Thema für die Kosmologie? Das ist ganz einfach alles, was existiert. Und was existiert, das ist also das Universum. Das ist also Kosmos. Und Martinus arbeitet mit einem ewigen und unendlichen Weltall. Und das ist ein einzigen Lebewesen. Und die griechischen Wörter Kosmos und Chaos ist also entgegengesetzte Begriffen. Chaos, das ist also Gesetzmäßigkeiten, das ist Ordnung. Und Chaos, dann gibt es keine Ordnung, dann gibt es nur Zufälligkeiten. Und nach die kosmischen Analysen von Martinus gibt es überhaupt nicht Zufälligkeiten. Alles wird von Gesetzmäßigkeiten gesteuert und gelenkt. Aber von der Naturwissenschaft aus gesehen sieht es aus, als ob es gibt Zufälligkeiten. Aber dann wird ja Martinus' Weltbild ein sehr positives Weltbild. Weil da gibt es keinen Platz für Chaos und Zufälligkeiten. Alles hat einen Sinn. Alles hat einen Sinn. Alles ist von Ordnung gesteuert und gelenkt. Das Hauptthema in der Martinus-Kosmologie ist Entwicklung. Martinus hat Symbolen gezeichnet. In der Geografie hat man also Karten. Da kann man also besser lernen, wie die verschiedenen Länder aussehen. Und entsprechend hat Martinus auch Symbolen gezeichnet, um die geistige Welt und die ewigen Prinzipien des Lebens zu zeigen. Und Martinus hat also ein Hauptsymbol gezeichnet. Und hier zu meiner linken Seite, da gibt es also ein Hauptsymbol. Das ist ein Symbol von alles, was existiert. Das ist das ewige und unendliche Weltall. Und das Hauptthema der Kosmologie ist ja Entwicklung. Und hier auf dem Symbol sehen wir das Licht hier in der Mitte. Das ist das Ich des Universums. Und diese kleine weiße Kreise hier symbolisiert das Ich von den einzelnen Lebewesen. Und hier mit Indigofarbe hat Martinus also das Mineralreich symbolisiert. Und wir entwickeln uns vom Mineralreich im Pflanzenreich mit der roten Farbe. Und dann gehen wir in das Tierreich. Und der Mensch hier auf der Erde steht auf verschiedenen Entwicklungsstufen. Die Erde hier symbolisiert die Menschheit. Es gibt sehr hochentwickelte Menschen. Und wir sind also halb Tier und halb Menschen. Und wir sind auf dem Wege zur Vollkommenheit. Wir wollen alle einmal kosmisches Bewusstsein bekommen. Wir werden vollkommene Menschen, Christuswesen oder Götterwesen. Der Zweck der physischen Welt ist Entwicklung. Von Mineralien, Pflanzen, Tieren, Menschen zur Vollkommenheit. Die physische Welt ist die Schule des Lebens. Alles hat einen Sinn. Alles hat einen Zweck. Und hinter der Entwicklung steht auch ein Plan und eine Idee. Die Entwicklung findet nicht statt dank Zufälligkeiten. Martinus' Weltbild ist also auch ein ewiges Weltbild. Und wenn man alles in der Lichte der Ewigkeit sieht, sieht man, dass alles ist gut. Wenn man einmal ein Leben gehabt hat, wo man sehr arm war, kann man in einem anderen Leben reich werden. War man einmal krank, kann man also gesund werden. Wenn man hat eine Ewigkeit zur Verfügung, dann kann alles geregelt und geordnet werden. Aber es gibt ja Dinge, die sind im allerhöchsten Grad sehr unangenehm. Aber das Resultat ist gut. Wenn man selbst gelitten hat, man hat also das Leid gespürt, dann kann man also auch Mitleid bekommen. Wenn man große Probleme und Krankheiten gehabt hat, dann hat man die Probleme auf seinem eigenen Körper gefühlt. Und das gibt Mitgefühl, Mitleid und Mitgefühl. Das ist dasselbe als Humanität und Nächstenliebe. Also es gibt unangenehme Dinge, aber das Resultat wird Humanität und Liebe. Deshalb kann man sagen, es gibt zwei verschiedene Erlebnisse. Es gibt das Angenehme und das Unangenehme. Aber das Angenehme, ja das ist ja gut, aber das Unangenehme ist auch gut. Das Endresultat, die Fazit von aller sämtlichen Martinus-Analysen ist, das alles ist sehr gut. Und Martinus schreibt in allen seinen Sätzen, das Wichtigste hier im Leben, das ist Nächstenliebe zu praktisieren. Einmal hat Martinus so ein bisschen humoristisch gesagt, Ja, wenn es auch falsch wäre, was ich geschrieben habe, dann ist es ja nicht so schlimm. Weil ich empfehle immer, 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 dass man soll nur Nächstenliebe praktisieren. Man soll nur das Gute tun. Und am Ende seines Lebens, zehn Jahre vor seinem Tod, hat Martinus sich dafür entschlossen, dass sein Gesamtwerk sollte einen übergeordneten Titel haben, das Dritte Testament. Wenn alle sämtlichen Menschen hier auf der Erde sich wie Jesus benehmen, dann war es ja keine Probleme hier auf der Erde. Aber man glaubt, dass es lohnt sich, egoistisch zu sein. Weil wir leben jetzt in einer sehr intelligenzbetonten Welt, eine sehr materialistische, egoistische Zeit. Es sieht aus, als ob es lohnt sich, egoistisch zu sein. Aber mit dem Karma-Gesetz, mit der Entwicklung und sowas, dann ist es unlogisch, die anderen zu schaden. Man sollte anderen Menschen helfen, dann bekommt man selbst Hilfe. Wir sind so verbunden mit der Umgebung. Wenn mir das Umgebung etwas antut, dann kehrt es zurück zu mir selbst. Und Martinus meint in der Entwicklung, das Wichtigste ist also Erfahrungen und Erlebnissen. Man trainiert und man praktisiert. Weil das Resultat wird nicht in der physischen Körper gespeichert, aber im Bewusstsein. Er spricht von Talentkernen und die Talentkernen überleben dem Untergang des Körpers. Und deshalb geht der Entwicklung nur nach vorne, nur nach oben. Und das Zweck, der Ziel von Martinus' Kosmologie, das ist zu zeigen, dass alles führt zum Lichte, dass alles führt zum Liebe. Und der hat also eine Liebeswissenschaft gemacht. Er hat eine Wissenschaft vom Christentum gemacht. Er zeigt, alles, was Jesus getan hat, das ist logisch, das ist wissenschaftlich. Und Martinus hat gezeigt, es lohnt sich, gut zu sein. Das ist das einzige Logische, das ist das einzige Wissenschaftliche. Und deshalb hat Martinus sein Gesamtwerk, das Dritte Testament, genannt.